Schön, dass Sie sich für unsere Barfspezialität Lamm-Ragout mit Erbsen und Heidelbeeren interessieren. Eine perfekte Wahl für Ihren Hund. Lamm ist mager und nährstoffreich. Heidelbeeren haben viel Kalium, Vitamin C und Pektin. Kürbis hat natürliche Enzyme. Erbsen sind gesunde Ballaststoffe mit essentiellen Aminosäuren, die reich an Kalium, Magnesium, Zink und Eisen sind. Aufgrund der Single-Protein-Rezeptur ist dieses Produkt prädestiniert für Allergiker. Untertitelung des ZDF, 2020